Bangerang, Brudis und Schwesties, mein Name ist Georgie, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends Reaction. Heute reagieren wir auf einen der Top-Spieler überhaupt, Ace You, der haut hier eine Trendy-Bomb raus mit Ash, ich bin da schon sehr gespannt drauf. Wir reagieren da drauf, weil die meisten Vorschläge in den Kommentaren von der letzten Reaction, ist er da am meisten genannt worden. Und solltet ihr noch Vorschläge haben für die nächste Reaction, irgendjemanden, der euch echt interessiert, den ihr hier gerne mal sehen würdet in der Reaction, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, Leute, und dann machen wir das beim nächsten Mal. Wir schauen mal, welchen Namen da so zusammenkommen und dann reagieren wir da dann beim nächsten Mal drauf. Leute, sollte euch diese Folge gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr die ganze Sache mit einem Daumen unterstützt und ein Abo rausknallt, damit ihr in Zukunft nichts weiter verpasst. Und jetzt würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange rum und gehen direkt rein nach dem Intro. Rock'n'Roll! Okay, Leute, da sind wir, würde ich sagen, legen wir mal los. Let's go! Oh, direkt Streamer-Loot! Direkt der Streamer-Loot, Bruder! Da geht's schon los. Da sieht die Lifeline schon dumm aus der Wäsche. Oh, shit! Boah, Bruder, da sitzt auch jeder Schuss gemacht, ne? Jeder Schuss! Weine, weine, Bruder! Boah, Chancenlos, Bruder, Chancenlos! Drei Kills, drei Kills, sechs Sekunden in der Runde, drei Kills. 390 Damage. Mich interessiert mal sehr jetzt, ich hab mir das Video hier ausgesucht, weil ich gerne mal sehen würde, wie er so Ash handhabt, wie er diese ganzen, die Fähigkeiten und sowas handelt und so und wie er sie einsetzt. Das ist für mich immer sehr interessant zu sehen. Oh, hat leicht High-Ground. Elstar ist so stark, Digam. Elstar ist so stark, aber ich hasse diese Waffe. Ich hasse diese Waffe. Wingman, spiel damit Wingman. Oh mein Gott, ich hab' mit der Fähigkeiten. Boah! Boah, Digi, es fühlt sich so gut an, ne? Also, seit einer ganzen Zeit, äh, zwinge ich mich ja dazu, einfach nur Wingman zu spielen, damit ich mit der Waffe ein bisschen besser werde, weil ich echt richtig mies schlecht mit der war. Und, ähm, ich glaub', es fühlt sich mit keiner Waffe so gut an, wenn du jemanden hittest. Es ist einfach immer wieder ein Traum. Das wär' jetzt interessant, äh, zu sehen gewesen. Wo war die Stelle? Er haut hier seine Fähigkeit runter. Ich dachte, ich dachte, da kommt jemand nachgerutscht direkt. Das wär' jetzt interessant zu sehen, wenn da jetzt einer voll reingerutscht wäre, ne? Das wär' jetzt interessant. Ich werd' deinen Namen, ja, ich hab' mit der 3. Partie, let's go. Ah, sein Maid wird hier gefinisht. Ich weiß nicht, woher die kommen. Solo gegen 2. Ich glaub', das sind, ich glaub', das sind 2 Squats, oder? Ich hab' nur einen Wingman. Ist er auf deiner Runde? Ich weiß nicht, was er ist. Ich glaub' so. Es gibt keine Waffe, dass sie das einfach yankifieren. Oh, Lord. Oh, shit. Ich geh' nicht nach unten. Hä, was macht sie denn? Hi, wie geht's? Easy, Bruder. Sechs Kills, Digi. Junge, da geht's richtig rund. Ich hab' seinen Maid halt jetzt eingesammelt. Er ist schon mal safe. Hat sich jetzt ne Flatline gegönnt. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Ich kann's nicht durch hier, Bruder. Da ist kein Weg. Ja, da komm's nicht rein, Brudi. Digga, 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 Digga. Er erwischt sie auch immer sehr, sehr gut, ne? Eines beim Looten dann. Boah, Bruder. Da muss ich wahr sein. Guck mal hier. Da müssen wir noch einmal zurück. Mach, Daddy. Wahnsinn, Digi. Wahnsinn. Oh, ne, die Brawler. Ich hasse diesen Ort. Ich liebe die neue Map, aber ich hasse diesen Ort. Ja, ist echt nervig da in diesem Gehege. Also ich mag die neue Map sehr. Aber dieses Gehege, Bruder, ist hart unnötig. Oh, nächster Kill. Äh, nächster Knock, mehr nicht? Oh, da tickt aber auch gut weiter. Ich muss einfach noch mehr Wingman spielen. Ich muss einfach noch mehr die Wingman spielen, Bruder. Was hat er da jetzt vor? Boah, unfassbar. Wie der immer trifft. Da ist noch ein Ziel mit dabei. Chancen los, Bruder. Chancen los. Oh. Oh mein Gott. Wahnsinn, Bruder. Wahnsinn. Er ist einfach nicht von dieser Welt, der Junge. Er ist einfach nicht von dieser Welt. Ich muss es wissen, der kommt von meinem Planeten. Oh, Lifeline. Oh, Lifeline. Einigermaßen lost, aber auch diese Lifeline. Da wird noch gesniped. Oh, guck mal, wo der sitzt. Wahnsinn, Bruder. Wahnsinn. Also minimum jeder zweite Schuss trifft da bei der Wingman. Und es fühlt sich immer so genial an. 13 Kills mittlerweile. Noch vier Squats sind am Leben. Ja, da muss er noch ordentlich mitmischen. Boah. Boah, Bruder, sie kriegen ihn einfach nicht klein, ne? Der eine kommt schon komplett halbtot an. Und den anderen snackt er sich direkt. Was hat er denn da vor? Was ist denn los mit ihm? Er checkt gar nichts. Oh, mein Gott, du schaffst. Oh, mein Gott, du schaffst. Das ist schaffst. Nee. Also das ist... Das ist, glaube ich, nicht seine Lobby, ne? Da gehört er, glaube ich, nicht hin. Kommt der da durch? Ich fass das nicht. Das fass ich nicht. Boah, Bruder. Er geht durch dieses Portal noch durch. Was war seine Mission? Was hat er denn vor? 16 Kills, Bruder. 3171 Schaden. Auf Ehre. Entspannte Runde, würde ich mal sagen. Jetzt ist auch langsam mal wieder an der Zeit, seinen Mate zurückzuholen. Damit der auch noch 1-200 Damage farmen kann. Alter, diese Brawler, ne? Oh, mein Gott, sie sind PV-ing. Er spielt tatsächlich Bogen. Seine Mission ist der Bogen. Alter, also die Ability von Ashley ist so stark, ne? Diese Ulti von Ashley, ne? Die ist echt richtig genial. Oh, der Drift, wie der Drift immer. Guck dir das an. Oh, mein Gott, der Hingi ist p... Oh, mein Gott, krack. Kein Wichter. Oh, mein Gott, what the fuck did I just get shot by? I'm going back again. I might just have to send it, all or nothing. I'm here. Recharging, shears. Oh, I'm coming. Oh, 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 da haben wir's noch ein bisschen zurück. Jetzt hat er eine gute Posey. Oh, das kostet ihm das Leben. Oh, noch! Jetzt aber weg hier. Jetzt aber weg, Bruder. Erstmal eine Bat durchziehen. Mate wieder tot. Boah, wie cool das ist, dass er da jetzt auch noch, sogar noch Wingman spielt, ne? Bei der Reaction. Ich hab da tatsächlich, ähm, kein, kein Plan von gehabt, was er für Waffen spielt. Ich hab, äh, vorher nicht reingeguckt, ähm, dieses Video. Oh, ich hab da schon 30 Sekunden. Aber Leute, natürlich, denkt dran, wenn ihr's noch nicht gemacht habt, ACU auf jeden Fall folgen, auf Ehrenbruder Basis. Und natürlich ein Down-Duner-Sin. Noch zwei andere Squads sind übrig. Guck mal, wie die da hinten chillen. Wohin porten wir? Kommt denn er her? Ah, keine Chance. Och, Digi. Das war aber in allerletzter Sekunde. Oh, Lord. Kommen die hinterher? Wow. 500er IQ-Move, ne? 200er IQ-Move, Bruder. Er ultet sich aus der Gravity einfach raus. Was ist denn da los, Digi? Oh, Lord. Oh. Boah, das war aber close, Digi. Das war aber close. Sein Mate war aber auch nicht an der Stelle, ne? Wenn er da jetzt mit reingepusht wäre, dann hätten sie eine Chance gehabt. Aber nö. Da wird von hinten jetzt sniped. Andere Teams oben auf dem Berg. Absoluter High-Ground. Boah, Digi. Den holt er sich. Den holt er sich da raus. Rechtsrum, rechtsrum. Oder wo sind die? Einer ist da unten irgendwo bestimmt, ne? Das sind immer noch die zwei Squads. Ich glaube, einer von jedem Team jeweils, ne? Wo ist denn er hin? Alter, den holt er sich beim Vorbeigehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Noch ein Squad. Ah, es war doch dasselbe. Wie hart waren die gesplittet, bitte? Wie viel ist da von der anderen noch übrig? War das nur noch einer? 20, 20 Kills, Bruder. Er hat noch untertrieben sogar, ne? Er hat noch untertrieben. Er macht hier, er geht hier über die 20-Bomb hinaus. 4.477 Schaden. Der Dude hat noch untertrieben. Der Untertreibende Boss. Wo ist der? Was kriegt der? Ah, es ist nur noch eins gegen eins, ne? No, der ist auf die andere Seite gegangen. Lol, Digi. Komm her, Buddy. Wir können darüber sprechen, Mr. Octane. Komm her, Mann. Komm her, Buddy. Das war's, Bruder. Das war's, da macht er den Sack zu. Heftiger Typ, heftiger Typ. Absolut heftiges Wingman Aim. Absolut heftiges Movement. Bruder. Da war alles drin, was wir sehen wollen. Da war alles drin, was wir sehen wollen. Heftig, heftig. 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 Like a fall in the wall. Wahnsinn. Sein Mate leider nicht so viel dazu beigetragen. Aber, was willst du machen? So sind manchmal die Runden. 21 Kills, 21 Kills, 4.664 Damage. Leute, Wahnsinn. Das soll's von dem Video gewesen sein. Wenn ihr wieder Vorschläge habt für die nächste Reaction, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr freuen. Und der Vorschlag, der am meisten drin war, das wird dann die nächste Reaction sein. Also lasst es mich gerne wissen. Und sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr die ganze Sache mit einem Daumen unterstützt und ein Abo rausknallt, damit ihr in Zukunft auch nichts weiter verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Leute. Haltet euch munter und wir sehen uns. Kuss geht raus. Ciao. Ciao.